Ich bin mir unsicher, ob man ihn überhaupt noch trauen kann. Der Vulkan ist so gut. Was versteckt? Ich habe nämlich irgendwie das Gefühl, dass Oren bereit wird, die ganze Welt zu opfern, nur dass er Lysia retten kann. Deswegen, mit Vorsicht zu genießen. Wir wissen, ist da was versteckt? Kann kein Double Jump. Was versteckt? Was versteckt? Was versteckt? Was versteckt? Was versteckt? Was versteckt? Wir beginnen. Wir stehen im Zentrum des Altars. Hina. 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 Ich habe das Gefühl, Val. Diesen Ritual ist, um die Fähigkeiten von Menschen mit bestimmten Macht. In anderen Worten... Du... Du, Val, kannst du die Dinge zu ihrer Essenze reduzieren. Zu ihrer Stöhne. Und zu was? Als Liza sagte mir über dieses kleine Junge aus ihrer Stadt, die kristallizei monster, dachte ich, dass sie schützt. Es war ein verrückter Myth. Aber als ich Sie in der Aktion sehen, ich habe das Gefühl, dass Sie die Antworten sind, ich habe zu suchen. All ich brauch war das Ritual, um zu nutzen, die Ihre Macht. Und jetzt, ich habe die Stöhne der Analm. Mit dem, ich werde ein Schritt näher nachzudenken, was ich bereit habe. Hina! Du bist mit mir in der Elusia-Aisle. Ohren! Ohren! Das ist nicht... Wir wollten das nicht! Du sagst, wir könnten zusammen sein! Wir glauben in dir! Ich habe das Gefühl, Val. Ich habe das Gefühl, Val. Hina! Hina! Ich bin so... so sorry. Ich wollte das nicht passieren. Ich wollte das nicht passieren. Ich wollte das nicht machen. Ich wollte das nicht machen. Es ist alles meine Schuld. Wenn ich diese dumme Kräste nicht hätte, Yubi... Ich wollte immer wieder heiraten. Ich wollte das nicht. Ich wollte das nicht auswählen. Ich wollte das nicht. Ich wollte das nicht. Und ich war bei dir. Ich wollte das nicht. Das ist das Zukunft. Ich wollte das für uns. Oder wir wollen. Hina! Nein! 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 Now and for fingertips Now and for always 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 My, that is quite the quandary Turned into a core stone? I hadn't noticed when monsters transformed into rocks during fights But I didn't know it was your doing, Val You're sitting here feeling sorry for yourself But Oren isn't the only one to blame for this fiasco I know You know? Like you know that it's your whole job to prevent things like this from happening, Mr. Soulguard? Karina, is this really the time? No, she's right I have no right to call myself a Soulguard You won't even stand up for yourself? Pathetic How should we proceed? What do Mew mean? Mew all still have a duty to fulfill at the Mana Tree And Val is still charged with protecting the Alms along the way That hasn't changed With the loss of the Alma Fire The village of Tia Nia is in grave danger The longer Mew hesitate The wider the damage may spread But how can I possibly... Make it to the Mana Tree When I can't even protect a single person? Where do you think you're going? Karina Leave him be I know how you feel But you're only pouring salt into the wound at this point Oh, come on Morley Don't tell me you're not mad at Val too Of course I am But yelling at him now won't help He should have talked to us before taking Hina on this fool's errand But what's done is done I just don't get it How could this have happened to Hina? We received word this morning that Dorfer Volcano is active The extent of the damage is not yet known Eruptions will scorch the earth with fire from every fissure So goes the saying The village is vulnerable What about Val? If he quits, will we have to make the pilgrimage to the Mana Tree on our own? A complex conundrum to be sure I do not think it wise to withdraw with Val in this state Perhaps I can make Val see reason All he needs is a nudge in the right direction Leave this to me Consider it payment from your assistance with my wrongful imprisonment Father knows what he's doing Let him try Yeah, well, maybe you can knock some sense into that thick head of his He's suffered enough as it is I doubt he could handle another blow to his mind or body after what he's been through I have a duty To the rest of the Alms They need protection They... They need me But... How can I protect everyone When I'm the reason Hina And how do I even face them I... I wish none of this had ever happened Hinas Kette Hina's Kette, ja Hina ist nicht mehr Aber... Was hab ich gesagt? Er ist mit... Orrin ist mit Vorsicht zu genießen Hm... Mein Bauchgefühl Hatte... Er hatte wieder recht Oh, schöne Lampe Jemand, der so drauf ist Jemand, der so drauf ist Ist immer bereit Die ganze Welt In Schutt und Asche zu legen Nur damit man Nur damit man Die eine Person retten kann Das Traurige ist So jemanden kann ich verstehen Wenn ich nicht diese dumme Macht Diese dumme Macht Wenn ich nur... Wenn ich nur jemanden hätte sich entschieden als Soulguard Hina... Ich... Ich... Ich bin so sorry Da bin ich nur, Val Da bin ich nur, Val Du hast Es ist schwer zu finden eine prrrr-er Sicht als der Oceann Geht Es ist auch Es fühlt sich wie Mure Hart das natürlich mit dem Rhythm der Wäden Ich finde Morley hier als ich ihn in Er war nicht mit der Stadt aber er lief der Meer Er hat es, hm? Er hat ihn zu arbeiten. Er hat sogar ihn zu Milpa gegeben. Alles, um ihm eine Chance für die Gemeinschaft zu geben. Ich wollte Morley lernen mehr über ihn selbst und finden einen Weg von seinem eigenen Weg. Es wird nicht einfach sein. Aber du kannst diesen Schrecklichen Erkrankten ausbauen, deine Emotionen. Natürlich, du kannst du alles vergessen, über Hina, deine Macht und die Partie, die du in dieser Tragedie spielst. Aber es würde nichts lösen. Du musst die Gelegenheit finden, um das zu tun zu tun zu tun zu tun. Um zu tun zu tun, was in dein eigenes Herz. Mein Herz? Das ist weshalb der Kampf zu kämpfen ist nur ein klein Teil davon, um zu werden, um eine Soul Guard zu werden. Was wichtig ist dein Herz. Und die Wille, um weiter zu gehen. Und um weiter zu gehen, um ein hoher Zukunft zu werden. Ich... Ich glaube, es ist nicht mein Platz, um Mew in eine Mission Mew nicht mehr überrascht. Ich denke, wenn Mew aus der Kommission ist, dann die Alms nur müssen sie selbst finden. Von ihnen selbst, alle auf ihrem Lonesome. Natürlich, die Straße zum Manitri ist voll von Monstern und inhospitabel terrain, so ein Soulguard wäre sinnvoll. Aber Morley und die anderen können ihren eigenen gegen alle diese ferociousen Werte. Wahrscheinlich. Wahrscheinlich? Was bist du? Karina? Diese Pilgrimage ist aus dem Beginn ohne unsere Soulguard. So Hina's Core Stone wurde verletzt. So was? Wir werden es nur wiederholen. Without dich und Hina's Hilfe, ich würde niemals so weit haben. Ich werde dich nicht so weit haben. Ich werde dich beide nicht abholen. Ich werde dich jetzt nicht abholen. Don't forget. Du bist nicht nur unser Soulguard, Val. Du bist unser Freund und Freund. Du bist unser Freund und Kumpel. Das ist nicht eine Reise, du musst dich selbst machen. Wir sind hier zusammen. Precis. Ich wünsche dir dich nicht so weit. Ich wünsche dir nichts anderes als du für dich. Wir wünschen uns ein liebiges Gebet nach dem Ende unserer Ardüren. Bitte find es in dir selbst, um dieses Campaigne mit den resten uns zu gehen. Danke. Vielen Dank. All of you. I shouldn't be asking any favors, but... Oren has Hina's Core Stone, and I want to get it back. Will you help me? Before we set out, Hina and I decided that if Oren's plan was a bust, we'd like to see this pilgrimage through to the end. It may only be a small piece of her, but I want to bring Hina's Core Stone to the Mana Tree in her stead. An entity's Core Stone is its elementary essence. If we convey Hina's to the Mana Tree, we may stave off greater tragedy. You're forgetting that we have no idea where Oren's gone. He could be anywhere in the world by now. He said something about an Ellucia Isle, I think. Did you say Ellucia Isle? Perhaps luck is on our side today. Ellucia is the selfsame island where the Mana Tree grows! You're already on our way! As I recall, first we must scale the dead egg cliffs. I have visited the vigilant Beast Watch who guard the bluff. It was terrifyingly tall. Climb the cliffs? Don't be silly. You can use the Jack Seed, just like all the other alms. This special seed can swiftly grow a huge vine, big enough to scale the cliff. It saved the convoys a lot of time and effort on previous pilgrimages. Then what are we standing around here for? Let's go find that Lolath Oren and get Hina's Core Stone back. The sooner we recover her Core Stone, the sooner we can continue our campaign to the Mana Tree and prevent any potential disasters. What about the alms of light and darkness? None have been named yet, but when they are, I'll send word that they are awaited here in the capital. You can come back and fetch them. Once we're done in Ellucia, we'll make sure to come back. It's not that far. As long as I've got Hina's Core Stone, I can fulfill my duty as the Soul Guard and safely escort all the alms to the Mana Tree. Looks like we're headed to Ellucia Isle. Hina... I'll try my best. I'm certain that Hina wasn't the only alms sent on this pilgrimage with misgivings in their heart. The burden is heavy, to be sure. Now it's up to Val and the others to shoulder that burden and carry on. If only there was something else to ease their load. Wait! What is it, Father? My nine lives flashed before my eyes. I almost sent Mew all on Mew our way without a proper introduction to my Emporium. Your trip will only get tougher from here on out. Make sure you're good and ready before Mew leave. Na endlich! Die von Nicolo geleiteten Tauschbörsen ist eine gute Anlaufstelle, um Gegenstände loszuwerten, die du nicht mehr gebrauchen kannst. Tausche sie an der Tauschbörse gegen andere nützliche Dinge ein, bevor sie in deiner Tasche zu Staubfängern verkommen. Du kannst nun in Krämerläden Seelenkristalle gegen Fähigkeitssamen eintauschen. Durch verschiedene Kombinationen von Seelenkristallen erhältst du unterschiedliche Fähigkeitssamen. Je mehr Seelenkristalle du von besiegten Monstern sammelst, desto größer wird die Auswahl an Fähigkeitssamen, die du eintauschen kannst. Willkommen! Let's go! Nicotala einlösen Oh Gott! 24 Stück haben wir, holy fuck! Verringert durch gegnerische Attacken erliebenden Wasserschaden um 10% Die behalten wir mal noch, äh, kaufen. Bonbon 50, Schokolade 300, holy fuck! Bekommen wir da nicht bis sie einen Rabatt oder so. Der 100% verbleibenden TP verursachen Klassenangriffe 30% mehr Schaden. Ja, da muss ich mich ein anderes Mal reinfuchsen. Ich hab da überhaupt keine Ahnung. Haben wir hier einen Speicherkristall oder so? Nö, auch nicht. Elucia Isle ist noch ein langer Weg weg. Ich sollte die Staube von meinem Item und Gearsituation nehmen. Ich kann nicht in meinem Soulguard-Dutys. Nicht wieder. Lass uns den nächsten Mal planen. Lass uns den nächsten Mal planen. Lass uns den nächsten Mal.